Der katholische Pfarrer Peter Paul Gregor feierte am Sonntag sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Da die Pfarrkirche Heilige Familie in Hoyerswerda derzeit renoviert wird, wurde der feierliche Gottesdienst im Zelt des Pfarrgartens abgehalten. In seiner Einleitung zur Feierstunde erinnerte Gregor an seine damalige Weihe und stellte gleich eine Gemeinsamkeit zum Jahrestag heraus. Beide Tage waren unerträglich. Am 28.06.1980 wurde er bei stürmischem Wetter und 8 Grad in der Bischofskirche Görlitz geweiht und 40 Jahre später begeht er nun bei über 30 Grad und schweißtreibender Hitze sein Jubiläum im Zelt. Neben Gratulanten aus Wittichenau konnte Gregor zu seinem Jubiläum auch zahlreiche Mitglieder aus seiner früheren Gemeinde begrüßen.